Jetzt kommt Trommelmusik. Gute Trommelmusik zum schönen Wetter. Genau, jetzt kommt eine Kombi aus Lautstark und Bantamamorlu. Wir singen ein Lied, das heißt Minyambar und es handelt davon, dass das Schicksal älter ist als der Mensch. Es handelt davon, dass Menschen, wenn sie aus ihrer Heimat in ein anderes Land gehen, niemand mehr weiß, was ihre Geschichte ist und wo sie eigentlich herkommen. Aber der Freund von ihnen, der weiß, ob sie gute Menschen sind oder nicht. Minyambar. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Im Buch der Seele fand ich deinen Namen vor, dein Weg ist bestimmt, doch du kannst wählen, wie du ihn gehst. Die Kräfte deiner Arme weiten dich dabei, wohin du aufgehst, bedenke stürzt, woher du warst. Musik 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Musik Ganz, ganz toll, Dankeschön, super Musik.